meine herzlichen willkommen zu einem kleinen video diesmal mal ich sachen nicht malbrookhaven sondern auf einem random server mit meiner schwester ja sie ist auf jeden fall sehr motiviert dieses video aufzunehmen auf jeden fall werden wir heute ja napfel malen das ist sehr sehr toll was machst du da der apfel ist sehr gerade den ich gerade gemacht habe jetzt fehlt eigentlich nur noch der oben das sieht sass aus jetzt ach egal man ich mache einfach weiter habe ich gerade sogar die gleiche farbe rausgenommen das ist eigentlich gut auf jeden fall unter das ziel ist es heute so viermal erster oder zweite oder dritte zu werden wie möglich meine schwester hilft mir also ich gebe immer fünf sterne und sie gibt mir immer fünf sterne ja wird also obwohl richtig cheaten ist es ja nicht letztens wurde ich auch noch vierte wo du mir wünscht obwohl ich war nochmal andere haben ja da noch ein paar sterne gegeben sind nevermind so das gute ist du hast schön viel zeit mein stil sieht aus wie ein wurst kann ich nachvollziehen mein stil sieht auch aus ne 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 meintet irgendwie anders aus ja 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 eigentlich ist mein apfel auch fertig absenden ich bin auf jeden fall seht ihr schon richtig leute ich hab mein weihnachtsskin warum weiß ich nicht meine schwester da auch einen deshalb braucht ich einen warte mal die sechs juli gut ist dein sein ist dein ja Easy, easy, easy. Jetzt kommt der ich meinte und jetzt kommt der hässliche App. Was ist das, Bro? Ein Stern. Ich find's eigentlich relativ gut. Das ist... Was macht der Apfelwurm da unten, ein Stern? Ein Apfelwurm. Ja, sieht das so aus. Was ist das? Er bohrt sich rein. Ey, jo, was denkst du? Ist das ein goldener Apfel von Minecraft oder was solltest das darstellen? Okay, weil er gold ist zwei Sterne. Besser als die anderen. Ist doch meiner. Nein, das ist nicht meiner. Aber ich finde ihn sogar besser als die anderen zwei Sterne. Obwohl, ne, dann muss ich eigentlich drei geben. Weil wenn's besser als die anderen sind, die anderen haben ja auch schon mit zwei gewertet. Was ist das? Das ist kein Apfel. Das ist ein Kürbis oder sowas. Das ist eine Tomate. Das ist eine Tomate, ja, ja. Das ist keine Katze. Was steht da oben? Eine Piersicht. Das ist eine Piersicht. Gar kein Herz. Eine Piersicht. Das ist mein Apfel tatsächlich. Zehn Sterne. Fünf sogar. Ja. Würde ich behaupten. Und die Gewinner sind... Die Gewinner sind... Ich bin... Ja, ich hab gewonnen. Ah, GG. Ich bin... Ich bin... Warum stehen da nur Mädchen auf dem Podest? Die Jungs sind einfach Scheiben. Ich glaub, ich bin noch der einzige Junge hier. Wenigstens bin ich Vierter. Ich hab genau gleich viel wie der Dritte. Ich hätte auch Dritter sein können. Zählen wir das schon als Dritter? Okay, meine Schwester meinte gerade, wir zählen das nicht als Dritter. Dann halt nicht. Ich bin halt immer noch hobbylos. Warum, ja. Wir müssen noch ein Ziel festlegen, wenn das Video... Wollen wir es wieder mit 15? Wollen wir es mit irgendwas dazwischen versuchen? Wenn das Video... 100 Likes bekommt. 100 Likes bekommt. Wenn das Video... 12 Likes bekommt. Dann machen wir das nächste Mal wieder ein Video mit meiner Schwester. Mary. Ja? Wenn das Video 100 Likes kriegt, dann musst du Glatze rasieren. Mach ich R9. Chat, 100 Likes R9. Natürlich nur in Roblox. Hust, hust. Okay, ein Baby. Wie soll ich ein Baby zeichnen? Wie soll sowas funktionieren? Ich mach dich. Du machst mich. Oh, so. Ja, das... Ich bin zwar immer noch älter als du, eigentlich dürftest du so gut gar kein YouTube sein. Aber ich hab noch nie gesagt, wie alt du bist, ja? Ich mach an was, so ein Baby-Kopf. Paintball-Belonung. 15 Minuten. Die Arme von meinem Baby sind einfach an den Hals dran. Was ist mit deinem Baby? Was ist an deinem Hals dran? An den Hals von meinem Baby sind einfach Arme. Ah! Ja. Missgeburt oder sowas? Fehlgeburt? Ja, nein. Kann sein. Vielleicht? Ich mach einfach so Bagel. Oder ich mach einfach Peppa Pig. Ich hab keinen Bock mehr. Liana, wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr und du machst Schule, dann weiß ich auch nicht mehr. Du hast meinen Namen gesagt. Ja, darf ich doch oder nicht? Nein. Äh, eh. Auf jeden Fall meine Schwester ist in der Videobeschreibung verlinkt. Oha. Sogar im Titel verlinkt. Sie hat mehr Abos als ich durch Shorts und sie heißt sehr komisch. Wer mir einen Beweis schickt, dass du sie gemeldet hast, bekommt von mir ein Gratis-Video mit mir zusammen. Premium. Ähm. Wie sieht das aus? Peter Pan, Digga. Ich meinst du bist so ein SCP-Monster. Peter Pan mit... Das ist nass. Mein Baby hat eine Missgeburt. Also, ich will jetzt nichts sagen, dass sie irgendwie behindert. Ich glaube, mein Kind ist ein bisschen behindert. Also, das wird auch rauskommen, wenn ich... Wenn ich ein Baby hätte, wäre auf jeden Fall das, ähm, das Baby. Weil du so hässlich bist. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, was ist das? Das wird eigentlich nur noch dein Mund. Ja, unten ein Hut. So ein Kegel. Ja, Mann. Ein Kegel. Ja, aber es ist halt wirklich ein Kegel. Es sind vier Sekunden beginnen bis zur Ziehung. Und das heißt, wir schauen mal, was meine Schwester so gezeichnet hat. Das ist meins. Warum bist du immer zuerst? Ich blockier das. Gugu Gaga. Ja. Wenn ich irgendwo rauskomme, dann sag ich jetzt auf jeden Fall auch zuerst Gugu Gaga. Das ist auf jeden Fall nicht meins. Gugu Gaga. Oder ist das von, äh... Das ist von so einem Animal-Charakter einfach so das Baby. Na, bruh. Das, das, äh... Rapunzel. Rapunzel, genau. Rapunzel als Kind. Ich setz mal eine Kopfhörer auf. Cool. Da ist noch mein Baby von einem Animaker. Warum sind die alle gleich aus? Meins kommt gleich so ein bisschen da. Oh nein, ich hab Angst vor dir. Ich vertraue mir. Mach deine Augen zu. Also von deinem Baby hab ich Angst. Äh... Das ist nicht meins. Okay, meins wird wohl doch nicht das Schlechteste. Da steht wahrscheinlich irgendwas drauf auf Russisch. Free V-Bucks. Free V-Bucks. Das ist meins. Was? Was zur Hölle? Wieso hat dein Schlechtes Haar? Das ist schwerter als Hände. Junge. Egal, fünf Sterne, oder? Nein. Oder wie bin ich Zweiter geworden? Wie bin ich Erste geworden? Ich hab genau so gleich viele Punkte wie der Erste, Diggi. Das bin ich. Ich bin die Erste. Ja, cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall würde ich sagen, das Video ist erstmal beendet, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Macht die 100 Likes voll, dann schneidet er sich. Ähm... 100 Likes, dann erneuern und... Bei 12 Likes kommt Diana bzw. meine Schwester in dem nächsten Video vor. Ja, Diana, hast du noch irgendwas zu sagen? Ähm, ich werde gerade gezwungen, dieses Video zu machen, ja. Dankeschön. Gar nicht von Phil abgeschaut oder so, ne, ne. Jo. Nein.